Ich habe zuletzt meine bestehende Position bei einem ganz besonderen Unternehmen weiter vergrößert und halte bereits nach der nächsten Gelegenheit Ausschau. Denn ich glaube, dass dieses Unternehmen die Welt verändern wird. Bei dieser Aktie handelt es, wie ihr es schon am Titel erkennen könnt, um Illumina. Warum ich das persönlich glaube und wo ich meine Position weiter aufschocke, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Und damit auch schon wieder ein Hallo und herzlich Willkommen bei So geht Börse. Ich bin natürlich immer noch der Patrick und falls du auch in Zukunft Interesse an spannenden Aktienanalysen hast oder generell einfach nur dein Wissen über die Börse erweitern möchtest, dann klicke doch hier unten ganz kurz auf den Abonnieren-Button und aktiviere die Alarmglocke, dass du auch kein weiteres Video mehr von mir verpasst. So und schon auch genug zur Eigenwerbung, schauen wir doch uns das Unternehmen Illumina genauer an. Illumina ist ein US-amerikanischer Hersteller von Geräten für die Gentechnik mit seinem Unternehmenssitz in San Diego. Das Unternehmen wurde bereits im Jahre 1998 gegründet und beschäftigt mittlerweile weitaus mehr als 7.700 Mitarbeiter. Das heißt, es handelt sich hierbei nicht mehr um einen übergehaltenen Börsenneuling, der jetzt erst vor kurzem an die Börse gegangen ist. Im Gegenteil, Illumina besitzt bei den Sequenzierungsautomaten mittlerweile einen Marktteil von über 70% und ist damit der absolute Marktführer. Die Automaten sehen übrigens so aus und zudem liefert Illumina somit mehr als 90% der weltweiten Sequenzierungsdaten. Schön und gut, doch was ist das überhaupt? Naja, mit Hilfe der DNA-Sequenzierung kann die Basenabfolge eines DNA-Strangs eben ermittelt werden. Dadurch kann dann beispielsweise die Wahrscheinlichkeit vorausgesagt werden, mit welcher der jeweilige Patient bestimmte Krankheiten bzw. schwere Krankheiten auch entwickeln kann im Laufe der Zeit, bevor eben schon solche Symptome auftreten. Beispielsweise kann dies durch einen Fehler in der DNA bzw. in der Basenabfolge ermittelt werden. Eben durch genau diese Analyse der DNA können dann Ärzte dann auch Therapien an die Patienten anpassen. Also wird eine zielgerichtete bzw. personalisierte Therapie ermöglicht, was auch in Zukunft eben immer weiter kommen kann. Dies sehen wir auch ganz schön an der Grafik, nämlich der Kostenreduktion. Hierbei stellen wir fest, dass im Jahre 2001 die Untersuchung bzw. die Analyse eines Genoms noch 100 Millionen US-Dollar gekostet hatte. Und im Laufe der Jahre gelang es Illumina eben, diese Kosten massiv zu reduzieren, bis auf zuletzt 1000 US-Dollar, was zuletzt allerdings noch deutlich unterboten wurde, worauf ich dann gleich eingehe. Eben durch diese Kostenreduktion gelingt es Illumina immer mehr, dann die personalisierte und zielgerichtete Therapie massentauglich zu machen. Und eben wie schon eben angesprochen, durch die in 2017 herausgebrachte Generation der HDS-Systeme, also HDS heißt Hochdurchsatz-DNA-Sequenzierung, von eben der Produktpalette Novasec TM, das blende ich jetzt mal hier kurz ein, soll eben in naher Zukunft eine Reduktion der Kosten auf ca. 100 US-Dollar gesenkt werden können. Eben mithilfe von Big Data und künstlicher Intelligenz kann sich dann dieser Zukunftstrend dann auch nochmals deutlich verstärken, denn hier können dann auch unzählige gesammelte Daten künftig automatisiert ausgewertet werden. Ich persönlich gehe davon aus, dass hier ein exponentielles Wachstum entstehen kann und die Kostenreduktion der DNA-Sequenzierung ist hierbei einer der Grundpfeiler davon. Auch eben durch den Zukunftstrend der Genschere bzw. von CRISPR würde sich der Einsatz von Sequenzierungsautomaten dann eben nochmals verstärken, denn die Sequenzierung der DNA dient hierbei als eine Art Schlüsselmethode, um dann auch feststellen zu können, wo eben die Genschere andocken soll. Für diejenigen unter euch, die es noch nicht wissen, bei CRISPR können Bausteine im Erbgut verändert werden und somit beispielsweise Erbkrankheiten geheilt werden. Zur synthetischen Biologie bzw. zu CRISPR werde ich dann in den kommenden Wochen jedoch noch ein detaillierteres Video dann machen bzw. herausbringen. Natürlich stehen hier auch noch einige ethische Fragen auch im Vordergrund, darum soll es allerdings jetzt nicht in diesem Video gehen, sondern hauptsächlich eben darum, wie viel Potenzial bzw. welches Potenzial bei diesem Trend dann auch vorhanden ist. Neben diesen Sequenzierungsautomaten stellt Illumina dann noch die Systeme bzw. auch Software-Tools zur Analyse der kompletten Sequenzierungsdaten dann bereit, was natürlich dann auch wieder einen gewissen Burggraben mit sich bringt, nämlich zum einen aufgrund der riesigen Marktstellung von 70% der weltweiten Sequenzierungsautomaten und über 90% der Sequenzierungsdaten, aber auch zum anderen das Aber-Modell für die Software zur Analyse bzw. auch die Wartung bzw. auch die notwendigen Schulungen, Service etc. Hier wird sich nämlich ein Unternehmen bzw. ein Krankenhaus dann eben auch mehrmals überlegen, ob man denn den Anbieter überhaupt wechseln soll. Spannend hierbei ist ebenfalls, dass das Unternehmen eben viele unterschiedliche Bereiche beliefert, wie zum Beispiel der Agrarindustrie, aber auch der Molekularbiologie, der Onkologie und beispielsweise genetische Krankheiten. Zudem beliefert Illumina auch unterschiedliche Einrichtungen, beispielsweise von Krankenhäusern, über Regierungsbehörden, aber auch Pharma- und Biotech-Unternehmen. Mitte bzw. Ende 2018 gelang dann der Durchbruch in China. Hier erhielt Illumina dann eine erste Zulassung für das Gensequenzierungssystem MISEC, eben von den chinesischen Behörden. Auch das ist eben ein Meilenstein gewesen, welcher das zukünftige Wachstum dann noch weiter beschleunigen sollte. Zusätzliche Kursfantasie bietet Illumina dann noch aufgrund der 20% Grail-Beteiligung. Hierbei sind dann prominente Geldgeber, wie beispielsweise Jeff Bezos oder Bill Gates dann auch noch mit am Start, was dann auch größere Kapitalrunden ermöglicht. Die Illumina-Beteiligung hat sich dabei zum Ziel gesetzt, mit einem Bluttest Krebs frühzeitig zu erkennen und laut eigenen Angaben beläuft sich die Erfolgswahrscheinlichkeit dieser Tests dann auf sogar 99%. Grundsätzlich hört sich das alles natürlich relativ schick an, doch schauen wir uns nun die Unternehmensdaten vom Unternehmen an und so stellen wir hier dann auch fest, dass beim Qualitätscheck von www.traderfox.com bzw. dem Aktienmagazin Illumina ein Qualitätscheck von 15 von 15 möglichen Punkten aufweisen kann. Grundsätzlich kann hierbei das Unternehmen natürlich beim Wachstum und der Stabilität überzeugen, aber auch bei der Profitabilität und Rentabilität sowie eben der Kursentwicklung und der Volatilität dahinter, aber gleichzeitig auch weist das Unternehmen eine Sicherheit und eine starke Bilanz eben auf, was wir dann eben gleich noch sehen werden. Grundsätzlich sehen wir hier den Umsatzverlauf der letzten Handelsjahre, also seit 2005 und hierbei stellen wir natürlich schon dieses massive Wachstum fest und selbiges sehen wir dann auch beim Gewinn sowie bei der Nettogewinnmarge, welche mittlerweile sogar bei deutlich über 20% liegen sollte. Schauen wir uns nun die Bilanz etwas genauer an, so stellen wir auch hier fest, dass die Aktie eine sehr hohe Eigenkapitalquote hat und diese im Laufe der Jahre, also seit 2015, deutlich ausbauen konnte von 50%, was ohnehin ja schon positiv ist, auf 63,1%. Ähnliches stellen wir dann beim Cashbestand fest. Hierbei konnte der Cashbestand sogar mehr als verdoppelt werden innerhalb der letzten vier Jahre, während die Gesamtverschuldung nur um 0,9 Milliarden US-Dollar zugenommen hat, hat der Cashbestand sogar um knapp 2,1 Milliarden US-Dollar zugenommen. Natürlich gerade in einer solchen Phase wie der Corona-Krise verschafft es dem Unternehmen natürlich eine gewisse Sicherheit und auch eine Stabilität, aber auch eine Flexibilität, sofern eben interessante Szenarien bzw. Übernahmekandidaten auf den Markt kommen sollten bzw. im Markt schon etabliert sind und zu einem günstigen Preis erworben werden können. Schauen wir uns nun die Umsatzerwartungen für die Zukunft an. Grundsätzlich nochmals im Jahr 2019 generierte Illumina einen Umsatz von ca. 3,65 Milliarden US-Dollar und für 2020 soll gerade aufgrund der Corona-Krise der Umsatz um ca. 3,6% zurückgehen. Allerdings soll dieser dann insgesamt sukzessive eben bis zum Jahre 2023 auf 5,09 Milliarden US-Dollar ansteigen, was insgesamt einem Umsatzwachstum von fast 40% entspricht. Beim EPS sieht es relativ ähnlich aus. Hierbei wurde ein Gewinn je Aktie von 6,72 US-Dollar generiert, was in etwa 1 Milliarden US-Dollar entspricht. Bis zum Jahre 2023 soll sich dieses dann um ca. 50% nach oben steigern können auf 10,25 US-Dollar. Das heißt, alles in allem weist Illumina aktuell ein KGV von ca. 50,9 auf und bis zum Jahre 2023 einen Wert von 33,4. Nur zum Vergleich, dass Durchschnitts-KGV von allen Jahren, in denen Illumina einen Gewinn erwirtschaftet hat und seit dem Jahre 2000 an die Börse gegangen ist, beläuft sich dieses Durchschnitts-KGV auf 61,3, weswegen wir hier sogar noch ein potenzielles Aufschlagsszenario zur Verfügung stehen hätten. Bevor ich zur charttechnischen Situation komme bzw. meine Ein- und Ausstiegsszenarien vorstelle, möchte ich euch ganz kurz an dieser Stelle noch auf den Risikohinweis aufmerksam machen. Ihr könnt ja gerne das Video pausieren, wenn ihr ihn euch durchlesen wollt. Und nun möchte ich auch schon auf die charttechnische Situation der Aktie eingehen. Natürlich befinden wir uns hier wieder wie immer im langfristigen Kursverlauf, nämlich eine Handelskerze entspricht hierbei einer Handelswoche. Und hierbei sehen wir, dass die Aktie sich seit dem Jahre bzw. schon seit immer in einem langfristig völlig intakten Aufwärtstrend befindet. Allerdings ging die Aktie seit dem Jahre, ja seit Mitte 2018 bzw. Ende 2018 in eine Seitwärtskonsolidierung über, welche sich überwiegend von dem Bereich von 380 US-Dollar in etwa bis 275 US-Dollar erstreckt. Natürlich durchbrach die Aktie aufgrund des Corona-Crashs diese Seitwärtskonsolidierung zeitweise deutlich nach unten, allerdings konnte sie sich hier wieder nachhaltig zurückkämpfen. Spannend hierbei ist dann vor allem auch, dass die Aktie während dieser laufenden Erholungsbewegung bzw. Aufwärtsbewegung so viel Stärke etabliert hat, dass sie sogar zeitweise einen nachhaltigen Breakout über diese Widerstandsmarke bei ca. 378,90 angedeutet hatte. Ich persönlich muss gestehen, dass ich leider meine bestehende Position, welche ich zuerst hier aufgebaut hatte, hier nochmals etwas weiter aufgestockt hatte, um eben auf ein solches Breakout-Szenario zu setzen. Grundsätzlich handelt es sich hierbei um eine Investmentposition. Dementsprechend ist der Einstiegszeitpunkt auf Sicht von mehreren Jahrzehnten mehr oder weniger belanglos, sofern die Aktie natürlich in Zukunft auch weiter steigen sollte. Allerdings ist es dennoch etwas ärgerlich, denn kurz danach hat die Aktie ihre Quartalszahlen veröffentlicht, welche grundsätzlich alle die Erwartungen der Analysten und auch der Experten geschlagen hatten. Allerdings aufgrund dieser massiven Erholungsbewegung bzw. Aufwärtsbewegung wurden die Erwartungen bzw. die inoffiziellen Erwartungen des Marktes dann eben leicht verfehlt wahrscheinlich, weswegen dann die Aktie eben so deutlich unter Druck gekommen ist. Allerdings könnte dadurch vor allem für nicht investierte Anleger, aber auch für mich, weil ich möchte die Aktie auch weiter ausbauen im geeigneten Fall, könnte sich daraus ein spannendes Szenario nochmals ergeben. Denn grundsätzlich wurde aufgrund dieses Abverkaufs auch ein Verkaufssignal in der Slowestochaste generiert und kann hier der Verkaufsdruck noch weiter abgebaut werden, dass beide negleidenden Durchschnitte beispielsweise im überverkauften Extrembereich notieren und gleichzeitig dieser Unterstützungsbereich von ca. 325 US-Dollar bis 300 US-Dollar angesteuert wird, dann könnte ich mir eben vorstellen, diese Position noch weiter aufzustocken. Was ebenfalls für ein solches Konsolidierungsszenario spricht im übergeordneten Kontext sind ebenfalls die beiden Bollinger Bänder, welche sich hierbei grundsätzlich beziehungsweise sehr stark schon mittlerweile verschließen und dies könnte dann perspektivisch auch auf Sicht von mehreren Monaten dann auch einen unteren Boden hier etablieren, dass die Aktie dann über mehrere Wochen dann wieder konsolidiert und dann eine übergeordnete Aufwärtsbewegung einleiten kann. Denn in dieser Unterstützungszone befindet sich unter anderem das 38,2 auf Fibonacci Retracement, sowie das 50er dieser laufenden Erholungsbewegung in Kombination zu diesen lokalen Hochsier und den lokalen Tiefpunkten der laufenden Seitwärtskonsolidierung. Aktiv würde dieses Aufwärtsszenario so lange bleiben, eben wie sich die Aktie nachhaltig oberhalb des 61.8er Fibonacci Retracements dieser laufenden Erholungsbewegung aufhalten kann, was ebenfalls nochmals die Unterkante dieser jahrelangen Seitwärtskonsolidierung entspricht. Vom Kurspotenzial her seht ihr schon, den Pfeil habe ich schon eingezeichnet. Grundsätzlich, wenn die Aktie dann hier in den nächsten Handelswochen hineinläuft und dann die Slow Stochastic einen überverkauften Extrembereich eben signalisiert, könnte die Aktie eine erste Aufwärtsbewegung einleiten, nach einer kurzen Konsolidierungsbewegung dann nochmals eine weitere Impulsbewegung dann auch starten, mit welcher dann diese Seitwärtskonsolidierung auch aufgelöst werden könnte und dann perspektivisch auf Sicht von mehreren Monaten bzw. Jahren wäre dann auch das Potenzial der Kursmarke von 600 US-Dollar durchaus realistisch. In diesem Zuge möchte ich dann auch auf meinen Instagram-Account aufmerksam machen, denn hierbei teile ich auch immer mit, wenn sich spannende charttechnische Situationen bei hier vorgestellten Aktien auch ergeben und wenn ich sogar eigene Positionen aufbauen werde. Das habe ich beispielsweise bei einer Warta zuletzt gemacht, welche dann daraufhin zumindest aus aktueller Sicht um ca. 15% zulegen konnte. Also, ich würde mich dann auch freuen, wenn wir uns dann auf Instagram auch wiedersehen, denn hier haben wir dann zusätzlich auch noch die Möglichkeit, interaktiver miteinander zu kommunizieren und wo ich dann auch detailliert eure Fragen dann auch beantworten kann. Und nun vielleicht nochmals ganz kurz zusammenfassend, ehe ich dann zum Fazit komme. Grundsätzlich erachte ich diesen Unterstützungsbereich zwischen 325 bis 300 US-Dollar als spannend für einen Long-Einstieg auf übergeordneter Basis, natürlich nur unter der Primisse, solange sich die Aktie eben nachhaltig oberhalb des Unterstützungsbereichs von 275 US-Dollar aufhalten kann. Ich hoffe natürlich, dass euch die Analysen hier einen Mehrwert bieten. Sollte dies der Fall sein, dürft ihr mich natürlich auch gerne so unterstützen. Ich würde mich jedenfalls über eine kleine Wertschätzung freuen. Den Link dazu hätte ich euch in die Videobeschreibung eingefügt. Zum eigentlichen Fazit, natürlich kann dieses Thema der personalisierten Medizin und auch der Genmanipulation bzw. Klonierung auch einige ethische Fragen mit sich bringen. Allerdings, dadurch, dass ich grundsätzlich ein optimistisch gestimmter Mensch bin, gehe ich davon aus, dass diese ethischen Fragen früher oder später beantwortet werden und sehe überwiegend das Potenzial in diesem Bereich und natürlich auch einer Illumina, welche als, wie wir schon festgestellt haben, großer Marktteilnehmer bzw. entscheidender Marktteilnehmer deutlich daran partizipieren sollte. Grundsätzlich erachte ich persönlich Illumina als ein tolles Investment. Natürlich ist die Aktie derzeit relativ hoch bewertet, wobei sie auch im langfristigen Vergleich, was wir beim KGV gesehen haben, vergleichsweise unterbewertet ist. Allerdings, wie bereits gesagt, ich bin von Illumina überzeugt, habe sie auch in meinem Investmentdepot und wie gesagt, habe ich sie mir zuletzt nochmals weiter ausgebaut, die Position und werde sie beim Erreichen dieses Unterstützungsbereichs auch nochmals weiter ausbauen. Was mir jetzt wichtig ist, was ist eure Meinung zu Illumina? Habt ihr die Aktie schon im Depot oder auf der Watchlist oder haltet ihr vielleicht gar nichts von der Aktie? Auch das würde mich vor allem interessieren. Schreibt es mir doch unten gerne in die Kommentare. Vielleicht kommen ja auch interessante Diskussionen zustande und einige Punkte, die ich vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatte. Ich würde mich jedenfalls darüber freuen und freue mich natürlich auch schon auf unser nächstes Video. Ciao, servus, macht's gut. Bis dahin, euer Patrick.